Hallo, ich begrüße Sie zur Lerneinheit 2 des Moduls Betriebswirtschaftliche Grundlagen. In dieser Lerneinheit betrachten wir verschiedene Unternehmensformen wie Einzelunternehmen, Personengesellschaften, Kapitalgesellschaften und Genossenschaften. Wir fokussieren auf Haftungsbedingungen, Kapitalanforderungen, Führungsstrukturen und steuerliche Aspekte. Zusätzlich wird die stille Gesellschaft als Kapitalbeteiligungsfirma erläutert. Die Einheit schließt mit einer Betrachtung der rechtlichen Grundlagen, um die Auswahl der passenden Unternehmensformen für Geschäftsvorhaben zu erleichtern. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Durcharbeiten der Inhalte und dem hoffentlich erfolgreichen Absolvieren des Masterytests.